Ja, genau. Obwohl er jetzt erwachsen ist. Dann nehme ich die Diamanten mit, ist jetzt verdammt teuer, weil jedes Mal wenn ich das mache, wird es immer wieder teuer. Ich hoffe, dass Diamanten kommen, schnell hier. Ich heuere mir gerade einen Erwachsenen an mit relativ guten Werten. Also die Werte sind sehr random, aber hier, zack. Citizen Recruitment. Elf Diamanten kostet mich das jetzt. Was? What the Drunk heißt er. What the Drunk W Giddens. Giddens. Giddens, Giddens. Giddens, Giddens, keine Ahnung. What the Drunk W Giddens. That's an English sire. Was hat er? Strength 7, Endurance 7, Charisma 8, Intelligence 8, Dexterity 7. Was könnte der denn am geschicktesten sein? Ich weiß gar nicht. Lassen wir ihn aber mal einfach leben und ohne Arbeit sein im Moment. Abgrund. Und hier werden wir gleich noch... Ach ne, ihn können wir direkt hier trainieren lassen. Stimmt. Ne, den... Puh, Abgrund. Das war ein Abgrund. Das war ein Abgrund. So. Und den lassen wir gleich mal auch hier anstellen. Da kann er gleich mal üben. Auch wenn ihn vielleicht später für etwas anderes brauchen. So. So. Ja, weil er braucht... Oh. Es braucht Intelligenz. Auch für hier. Guck mal an. Grün und Gelb. Die zwei Sachen braucht es hier. Da ist der Kevin natürlich eine ganz, ganz miese Nummer. Intelligenz 2. Kommt das jetzt wegen dem Namen? Oder wie sehe ich das? Und Strength 3. Also das ist eine ganz schlechte Wache. Da ist ja der What the Drunk W Giddens schon besser dran. He. Lissaro. Jupp. Liegt am Namen. Ganz klar. Bam. Ähm. Haja. So. Was ist jetzt der Giddens? Was macht der? Archery? Ja, ich habe jetzt mal hier bei Archery reingebabbelt. Okay. Und der Kevin, der ist auf der Strasse. Ne, der ist auch... Ne, ich kann ja zwei Archery haben. Ich habe ja erweitert. Was ist denn die andere jetzt? Die ist jetzt die Guard. Ah, das ist... Ah, okay. Jetzt schraff ich's. Weil die Archerys gehen nachts ja wieder schlafen. Die Guard bleibt ja wach. Ah, okay. Weil das sind ja die Ausbildungsstätten von Archery. Möchte ich aber auch noch Knights haben, also Ritter sozusagen. Da muss ich ja die Baracken bauen. Da werden sie dort in ausgebildet. Die Baracken habe ich noch gar nicht. Ah. Es gehört Zansky-Schabe. Ist ja hergegagling. So, aber wir bauen natürlich gerade das Häuschen aus. Er braucht was zum Trinken. Schnell. Genau. What a drunk W Giddens. Ja, obwohl man muss bedenken, wenn man ihm mehr Alkohol gibt, dann arbeitet er vielleicht effizienter, weil das hat ein Alkoholiker so an sich. Welches? Ja genau. Im leap Sch sealed. Ja, genau. Vielen Dank.